Wir melden uns jetzt vom, ich weiß nicht mal, wie der heißt, von unserem vorerstletzten Campingplatz, bevor es auf die Rennstrecke geht. Ja, super. Nein, also negativ ist selbstverständlich. Auch hier nichts in der Nähe, kein Supermarkt, kein schönes Restaurant. Das Restaurant hier hat uns erst mal irgendwie verweigert draußen zu veressen. Das ist hier mit meinen Haaren los. Ja, es gibt nicht mal eine Pizza, also das ist ziemlich uncool. Ja, Essen ist wichtig und wenn ich nicht essen kann, dann werde ich knortschig. Und dann kommen auch noch unsere kleinen süßen Mäuse dazwischen und dann haben die natürlich erst Hunger. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt der Nahrungskette. Naja, sonst eigentlich ganz schön. Anlage ist okay, super sanitäre Anlagen. Wenn die Kinder 3-4 Jahre älter werden, dann werden sie ja fliegen. Ne, 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 ne. Gut, da gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Wir werden jetzt noch mal eine kleine... Was ist denn mit dieser Locke? Hund, warte. Wir werden jetzt... Wir werden jetzt noch... Was? So geht das nicht. Wir werden jetzt eine kleine kurze Spaziergehrunde einschieben. Es ist nämlich auch schon irgendwie gleich 17 Uhr und dann vielleicht können wir uns irgendwo noch ein Eis ergaunern. Und dann geht es auch gleich wieder ins Bettchen und dann müssen wir uns doch erstmal echt wieder erstmal erholen. Ich war übrigens heute schön Fahrradfahren, 35 Kilometer oder sowas. Natürlich das falsche Fahrrad mit Mountainbike anstatt Rennrad. Und hier ist nämlich keine einzige schöne Mountainbike-Schrecke in der Nähe auch negativ zu bewerten. Und ja, möchtest du auch noch was sagen? Ja, nörgeln auf hohem Niveau. Möchtest du jetzt auch noch was Produktives dazu beitragen? Bist du überhaupt im Bild? Ja, ich bin im Bild. Also nochmal, wären die Kinder ein bisschen älter, ne? Wäre das hier mega, weil für kleine Kinder hier echt alles geboten ist. Trampolin, Hüpfburgen, Klettern und so weiter und so fort. Hey Mare, sind du Gualeas? Međicas? Sorry. Gemelle? Fin? Como son? Äh, no. Triplets. Triplets. Vale. Triplets. Ay, por favor, que ojos tienen los tres, eh? Y este también. Hasta luego. Äh, ja. Die Einheimischen, die quatschen uns die ganze Zeit auf Spanisch zu und wir immer nur sorry, sorry. Und die blablabla, que pasa. So, ne? Okay. So, darf ich jetzt nochmal ein weiteres... Aber sie sind alle relativ nett. Ja, sie sind alle super nett. Äh, gestern haben sie das halbe Restaurant für uns umgebaut, damit wir da überhaupt essen konnten. Wo das Essen übrigens ziemlich scheiße war. und teuer aber dafür. Kannst du jetzt bitte deinen produktiven Beitrag zu Ende führen? Also, wenn ihr Kinder habt, die älter sind, so drei oder vier, hallo, darf ich im Bild sein? So, danke. Drei oder vier, dann ist das hier echt cool. Es gibt eine Pferdefarm und eine... Tierquälerei, sag ich dazu. Diese Tiere haben nichts auf einem Campingplatz zu suchen. Die gehören in die Natur oder in irgendeinen Reitstall, wo sie dementsprechend auch genutzt werden, die Nutztiere. So, möchtest du noch weiter was sagen? Hier ist ein kleines Pony, das steht da den ganzen Tag rum. Die wollen auch noch Kohle für haben, dass die Kinder darauf reiten können. Und dieses arme Tier steht da den ganzen Tag und wartet bis so ein Scheiß... Entschuldigung. Wir mussten einmal kurz anmerken, als wir vor fünf Jahren auf der Bar waren. Nee, das geht überhaupt nicht. Wir gucken mal, wir gehen da jetzt mal hin. Wir gucken mal, ob das... Hier hat auch alles zu, so viel dazu. Da, ich zeige euch das mal ganz kurz. Hier ist das... Hier. Wenigstens hat es Schatten. Also da, wo die grüne... wo das grüne Dach plane, sonst was ist, da steht das arme Pferd vor dem Wassertrog da vorne, vor dem Wassereimer und muss hier immer im Kreis laufen. Und ihr wollt mir erzählen, das ist keine Tierquillerei? Das geht überhaupt nicht. So. Deswegen noch negativ. Oh Gott. So, möchtest du jetzt noch was sagen, bevor ich hier noch weiter aus der Haut fahren muss? So viel von unserem... Ach, Hund, ey. So viel von unserem vorerst letzten Campingplatz, bevor es auf die Rennstrecke geht, denn es ist morgen endlich soweit. Ja, hier, hier. Noch mehr Tiere. Ja, peace and... Over and out. Over and out.